Digital und Binnendifferenziert – das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht Herzlich willkommen im Aufbaumodul zum Kompetenzbereich Kommunikation. Hey! Dieses Aufbaumodul setzt sich aus zwei Lernvideos zusammen. In diesem ersten Lernvideo bekommen Sie eine Einführung in den Kompetenzbereich Kommunikation. Hierbei werden die Ziele, Herausforderungen sowie die Chancen der Förderung des Kompetenzbereichs für Sie als Lehrkraft und für Ihre SchülerInnen thematisiert. In einem zweiten Video geht es darum, wie Sie mithilfe eines digitalen und binnendifferenzierten Unterrichtsangebots Kommunikationsprozesse Ihrer SchülerInnen anregen und dabei gestufte Lernhilfen integrieren können. Zudem haben wir Ihnen Beispielaufgaben zusammengestellt, die Sie in Ihrem Unterricht einsetzen können. Sie erhalten außerdem Literatur- und Linktipps zur Vertiefung. Auch dieses Modul endet, wie Sie es aus dem Basismodul bereits kennen, mit einem Self-Assessment-Test. Zunächst möchten wir Ihnen einen Überblick über den Kompetenzbereich Kommunikation geben und schauen uns dazu kurz zur Einordnung die bundesweit gültigen Bildungsstandards an. Mit einem mittleren Schulabschluss haben die SchülerInnen im Fach Biologie Fähigkeiten erworben, die die Handlungsdimension sowie inhaltliche Dimensionen berücksichtigen. Die inhaltliche Dimension wird durch Basiskonzepte dargestellt. Die Basiskonzepte umfassen im Fach Biologie die ebenen System, Struktur und Funktion sowie Entwicklung und ermöglichen den SchülerInnen die Analyse von Kontexten, die Strukturierung und Systematisierung von Inhalten und die Gewinnung eines grundlegenden und vernetzten Wissens. Die Handlungsdimensionen dagegen beziehen sich auf wesentliche Elemente, die beim Erlangen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der Erkenntnisgewinnung, der Kommunikation sowie der Bewertung biologischer Situationen im Kompetenzbereich Bewertung erforderlich sind. Doch was genau ist unter dem Kompetenzbereich Kommunikation zu verstehen? Die Kommunikationskompetenz umfasst laut den Bildungsstandards die Fähigkeit, eigene Erkenntnisse und Arbeitsergebnisse zu kommunizieren, Darstellungsformen zu wechseln und unterschiedliche Informationsquellen zu nutzen. Weiterhin geht es darum, die Fachsprache auch in neuen Zusammenhängen zu beherrschen und in die Alltagssprache zu übersetzen. Schließlich spielt es eine wichtige Rolle, Informationen aus Texten, Schaubildern und anderen Darstellungsformen zu entnehmen. Dabei müssen Alltagsvorstellungen von biologischen Sachverhalten unterschieden werden, um selbstständig und adressatengerecht zu argumentieren und Begründungen anzugeben. In den Bildungsstandards für die allgemeine Hochschulreife sind die Kompetenzen festgelegt, die SchülerInnen bis zum Ende ihrer Qualifikationsphase erwerben sollen. Sie werden im Unterricht sowohl auf einem Basis- als auch auf einem fortgeschritteneren Anforderungsniveau entwickelt. Ein erhöhtes Anforderungsniveau zeichnet sich durch eine Zunahme von Komplexität, Abstraktheit, Breite und Tiefe sowie Differenziertheit aus. Es wird zwischen Sachkompetenz, Erkenntnisgewinnung, Kommunikations- sowie Bewertungskompetenz unterschieden. In Anlehnung an die Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss umfasst die Kommunikationskompetenz für die allgemeine Hochschulreife laut den Bildungsstandards die Fähigkeit, Sachinformationen zu beschaffen, aufzubereiten und auszutauschen. Im Folgenden soll die Kommunikationskompetenz im Einzelnen betrachtet werden. Die Kommunikationsfähigkeit der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis der Fachsprache, fachtypischer Darstellungen und Argumentationsstrukturen sowie in der Fähigkeit einer adressaten- und situationsgerechten Darstellung und dem Austausch fachbezogener Informationen. Die Fähigkeit zur fachlich-kompetenten Kommunikation erfordert die Durchdringung der Teilkompetenzbereiche erschließen, aufbereiten und austauschen, die hier kurz erläutert sind. Worauf es im Bereich der Kommunikation in der Schule des 21. Jahrhunderts ankommt, wird uns Herr Mayer näher erläutern. Aufgabe der Institution Schule ist es, so steht es in den Schulgesetzen der einzelnen Bundesländer, die SchülerInnen zu mündigen und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten zu bilden, damit sie an gesellschaftlich relevanten Diskussionen teilnehmen und tolerantes und verantwortungsbewusstes Verhalten erproben und erlernen können. Dies ist auch die Aufgabe von uns Biologie-Lehrkräften. Zeitgemäße Bildung zielt auf die Förderung der sogenannten 4K-Kompetenzen, auch 21st Century Skills genannt, ab Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation. Das 4K-Modell kann für Lehrende ein wichtiger Impuls zur Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts sein. Im Rahmen einer schrittweisen Schul- und Unterrichtsentwicklung kann das 4K-Modell somit eine sinnvolle Erweiterung zur Arbeit mit dem SAMR-Modell darstellen, welches Sie noch aus dem Basismodul kennen. Die Vertreter des 4K-Modells des Lernens betonen vor allem einen Zusammenhang. Im 21. Jahrhundert ist die Welt mehr denn je von den sogenannten VUCA-Faktoren geprägt. Volatility gleich Unbeständigkeit, Uncertainty gleich Unsicherheit, Complexity gleich Komplexität und Ambiguity gleich Mehrdeutigkeit. Dies bedeutet, dass die Menschen, die in dieser Welt leben und sie gestalten, neue Kompetenzen entwickeln müssen. In diesem Zusammenhang ist eine Anpassung des Bildungssystems an den raschen soziotechnologischen Wandel erforderlich. Als Konsequenz wird postuliert, dass statt einer wissensbasierten eine kompetenz- und werteorientierte neue Schule entwickelt werden muss. Damit gewinnen neue Kompetenzen an Bedeutung, die im Rahmen traditioneller inhaltsorientierter Unterrichtskonzepte häufig weniger Beachtung fanden. Auch die Rolle einer Lehrkraft wandelt sich. Im 21. Jahrhundert werden LernbegleiterInnen und innovative Teamplayer benötigt. Eine gute Strategie zur Lernbegleitung ist der sprachsensible Fachunterricht, über den uns Sarah Maluk mehr erzählen wird. Vielen Dank, Luis. Die Beherrschung der Bildungssprache ermöglicht die Durchdringung komplexer Sinnzusammenhänge und die Verarbeitung von Informationen. Die Sprache entwickelt sich parallel zum Lernen der Fachinhalte, so dass Fach und Sprache nicht voneinander getrennt werden können. Sie müssen gleichzeitig gelehrt und gelernt werden, daher muss der Unterricht kommunikativ und diskursiv gestaltet werden. Die Bildungssprache ist den SchülerInnen nicht vertraut und sie haben keine Übung darin. Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden sich in vielen Punkten, wie sie der Tabelle entnehmen können. Sprachsensibler Fachunterricht basiert auf vier Prinzipien. Beim ersten Prinzip geht es um die erfolgreiche Bewältigung sprachlicher Handlungen in sprachlichen Standardsituationen, die durch ein anregendes Bildungs-Sprachbad gefördert wird. Laut dem zweiten Prinzip sollen alle relevanten kognitiven Operatoren, die für guten Fachunterricht konstitutiv sind, durch den Wechsel von Darstellungsformen im Unterricht wirksam werden und fachliches und sprachliches Verstehen und Lernen fördern. Das dritte Prinzip besagt, dass fachliche und sprachliche Anforderungen gestellt werden müssen, die leicht über den aktuellen sprachlichen und fachlichen Fähigkeiten des Einzelnen liegen. Einige SchülerInnen benötigen sprachliche Unterstützung in Form von Sprachfördermaßnahmen, während andere fachliche Unterstützung benötigen. Das vierte Prinzip beschreibt daher drei Möglichkeiten, mit der kalkulierten Herausforderung umzugehen. Defensives Vorgehen durch sprachliche Vereinfachung, offensives Vorgehen durch Scaffolding über methodische Hilfsmittel und stärkendes Vorgehen durch Erweiterung der sprachlichen Kompetenzen. Lassen Sie mich das etwas näher erläutern. Bildungssprache lernt man, indem man von Bildungssprache umspült wird, indem man im Unterricht in ein bildungssprachliches Bad eintaucht. Das Sprachbad muss aber sprachlich reichhaltig sein. In einem wenig ausgeprägten Sprachbad kann man keine reichhaltige Sprache lernen, genauso wenig, wie man in einem Fußbad schwimmen lernen kann. Darüber hinaus muss es im Unterricht kognitiv anregende Situationen geben, um die Bildungssprache auch anzuwenden. Sprache ermöglicht es den Lernenden, neue Begriffe und Phänomene zu verstehen, sich ein Fachvokabular anzueignen und damit handelnd umzugehen. Dabei erweitert das neu erworbene Fachvokabular den allgemeinen Wortschatz und verbessert die Ausdrucksfähigkeit, was wiederum dazu führt, dass sich die Lernenden im Fach besser verständigen können. Das zweite Prinzip des sprachsensiblen Fachunterrichts, der Wechsel der Darstellungsformen in nonverbaler Sprache, Bildsprache, Verbalsprache, Symbolsprache und mathematischer Sprache beinhaltet den Einsatz verschiedener Darstellungsformen, wie Experimentieranleitungen, Bilder, Diagramme oder Formeln. Der Wechsel der Darstellungsformen kann das Verständnis fördern. Die Zunahme der Abstraktion ermöglicht es den SchülerInnen, komplexe fachliche Inhalte aus unterschiedlichen Perspektiven zu erfassen und zu verarbeiten. Neben den genannten Anforderungen an das bildungssprachliche Lernen im Unterricht, ist es wichtig, den Unterricht sprachförderlich und sprachsensibel zu gestalten. Dies zeigt sich in geeigneten, kognitiv herausfordernden Aufgabenstellungen. Darüber hinaus muss das Sprachbad im Unterricht lärngerecht gestaltet sein. Diejenigen, die sprachliche Situationen noch nicht bewältigen können, metaphorisch gesprochen die sprachlichen Nichtschwimmer, werden durch methodische Schwimmhilfen unterstützt. Sprachbildung ist somit Teil der Kompetenzentwicklung im Fach und damit Aufgabe jeder Fachlehrkraft. Ich fasse die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Kommunikationsfähigkeit umfasst die Kenntnis von Fachsprache, fachtypischen Darstellungen und Argumentationsstrukturen, sowie die Fähigkeit, diese zur Erschließung, Adressaten und situationsgerechten Präsentation und zum Austausch fachbezogener Informationen zu nutzen. Zeitgemäße Bildung zielt auf die Förderung der sogenannten 4K-Kompetenzen Kooperation, Kreativität, kritisches Denken und Kommunikation. Diese Kompetenzen sind für die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts entscheidend. Eine wesentliche Herausforderung ist dabei der Wechsel der Darstellungsformen, um vielfältige Möglichkeiten des fachlichen Verstehens zu eröffnen. Der zugrunde liegenden kalkulierten Herausforderung kann auf drei Arten begegnet werden. Defensiv durch Anpassung des Sprachniveaus, um den Zugang zu komplexen Sachverhalten zu erleichtern. Offensiv durch unterstützende Methoden und Werkzeuge, um die sprachlichen und fachlichen Kompetenzen schrittweise zu erweitern. Und schließlich stärkend durch die gezielte Förderung der Ausdrucksfähigkeit und des Verständnisses fachlicher Inhalte. Soweit die theoretischen Grundlagen. Im nächsten Video sehen wir Ansätze zur konkreten Umsetzung eines sprachsensiblen Fachunterrichts in der Biologie am Beispiel einer Unterrichtseinheit zur Genetik. Ich bin gespannt, inwieweit uns digitale Methoden dabei unterstützen können. Ich bin gespannt, inwieweit uns digitale Methoden und Füge mit dem Kielmusik. Und dann unten 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 unten. Ich passe in vierah an und dann unten 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 unten! Untertitelung des ZDF, 2020